Ja, liebe Claudia, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Annette. Heute beschäftigen wir uns mit diesen beiden Paragrafen, wobei das tatsächlich auch so ein bisschen eine Wiederholung dessen, was zuletzt auch war. Wobei es dann aber auch schon so eine Aussicht gibt, letztendlich nachher dann auf die Arzneien. Und wir werden dann nächste Woche uns die Behandlungsmethoden in Paragraf 52 anschauen. Hier erst einmal die Überschrift, wieder mal in verschiedenen Organon-Versionen an verschiedenen Stellen. Die Natur hat nur wenige Krankheiten, anderen Krankheiten zur homöopathischen Hilfe zuzuschicken. Und diese Hilfsmittel sind mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden. Unbequemlichkeiten ist gut gesagt. Kann auch gefährlich sein, genau. Wir hatten ja letztes Mal thematisiert, dass ihr uns gerne auch mal Ideen dafür schicken könntet, welche Krankheiten die Natur sozusagen zur Verfügung hätte, die also homöopathisch heilen könnten. Also das ist natürlich weiterhin eine Bitte an euch und gerne Beiträge dazu unter dem Videobeitrag hier. Gut, ich lese jetzt hier mal vor. Die große Natur selbst hat zu homöopathischen Heilwerkzeugen, wie wir sehen, fast nur die wenigen miasmatischen festständigen Krankheiten als Hilfe. Die Kretze, die Masern und die Menschenpocken. Und dazu die Anmerkung 1 und den oben genannten Hautausschlagszünder, der nebenbei in der Kuhpocken-Lymphe befindlich ist. Krankheitspotenzen, die zweitens, nämlich die Menschenpocken und Masern, teils als Heilmittel lebensgefährlicher und schrecklicher als das damit zu heilen Übel sind, teils wie die Kretze nach vollführter Heilung ähnlicher Krankheiten Selbstheilung bedürfen, um hin wiederum vertilgt zu werden. Beides Umstände, die ihre Anwendung als homöopathische Mittel schwierig, unsicher und gefährlich machen. Und wie wenig Krankheitszustände gibt es unter den Menschen, die an Pocken, Masern, Kretze ihr ähnliches homöopathisches Heilmittel fanden. Im Laufe der Natur können deshalb auch nur wenige Übel sich mit diesen bedenklichen und misslichen homöopathischen Mitteln heilen. Und der Erfolg zeigt sich nur mit Gefahr und großer Beschwerde schon deshalb, weil die Gaben dieser Krankheitspotenzen sich nicht, wie wir es doch mit Arzneigaben können, nach den Umständen selbst verkleinern lassen. Dagegen wird im anderen Falle der mit einem alten ähnlichen Übel behaftete, mit dem ganzen gefährlichen und beschwerlichen Leiden der ganzen Menschen, Pocken, Masern, Kretzkrankheit überzogen, um von den letzteren zu genesen. Und dennoch haben wir von diesem glücklichen Zusammentreffen, wie man sieht, schöne homöopathische Heilungen aufzuweisen, als ebenso viel sprechende Belege von dem in ihnen waltenden großen einzigen Naturheilgesetze heile durch Symptomen Ähnlichkeit. Mir fällt gleich mal etwas auf. Also hier an dieser Stelle möchte ich einfach mal kurz den Begriff Nosoden nennen. Also das könnte man ja vielleicht ein bisschen, also entfernt, vielleicht kannst du mir da folgen oder auch die anderen können mir folgen, entfernt daran denken, Nosoden also letztendlich Bestandteile von Krankheiten. Aber das meint hier Hahnemann natürlich nicht. Und das Arbeiten mit Nosoden ist ja nun auch wirklich eine Sache, die eben tatsächlich erst in die spätere Homöopathie vor allen Dingen gefallen ist. Vielleicht sollten wir aber in dem Zusammenhang kurz erklären, was Nosoden sind. Ja, genau. Also Nosoden sind homöopathische Mittel, die hergestellt werden aus irgendwelchen Bestandteilen, irgendwelchen Sekretionen, irgendwelchen Hautabschürfungen, irgendwie etwas, also was eben diesen Krankheitsprozess ausmacht. Also zum Beispiel eben auch bei Medurinum ist es dann eben der Ausfluss, der gonorrhoeische Ausfluss, letztendlich der Bourjour-Tropfen, der also dann potenziert wird. Ja, genau. Also das ist eben das, was Nosoden ausmacht. Ja, und im Prinzip ist es ja eigentlich so, dass eigentlich alles, was er hier nennt, hat irgendwas mit Nosoden zu tun, glaube ich. Ja, im Prinzip schon. Genau. Also eigentlich schon. Was mir in dem Zusammenhang auch noch eingefallen ist, etwas so aus der letzten Zeit, was so ein bisschen durch die Presse ging. Wir haben ja im Zusammenhang mit Long-Covid, haben wir ab und zu mal davon berichtet bekommen, dass überraschenderweise Leute, die an Long-Covid leiden, dann, nachdem die dann geimpft wurden, eine deutliche Verbesserung, wenn nicht tatsächlich eine richtige Heilung erlebt haben. Also das kam vor. Ich kann mir vorstellen, dass Hahnemann das hier auch darunter geführt hätte. Ich meine, ich weiß darüber nicht genügend, um das dann tatsächlich beurteilen zu können, ob das jetzt wirklich passt. Aber es lässt mich einfach dran denken. Okay, dann werde ich ganz einfach mal Folgendes machen. Ich gucke nachher mal bei PubMed rein, ob es dazu irgendwie eine interessante Studie gibt. Und die kann ich ja dann hier auch darunter verlinken. Also sonst gibt es das eben beim nächsten Mal. Aber das ist natürlich auch mal ganz interessant, da drauf zu schauen. Okay, hier kommen wir also erstmal zu deiner Darstellung dazu. Ich habe extra die beiden doch recht gefährlichen Erkrankungen. Ich habe extra die Pocken deutlich größer und bedrohlicher gemacht noch. Die habe ich halt so ein bisschen problematischer gezeichnet als die Kretze. Die Kretze allerdings dann etwas, was lang ist, was dann eben droht, chronisch zu werden. Genau, also das sollte einfach vom Bild her das so ein bisschen darstellen. Also die beiden Masern und Menschenpocken können eben potenziell lebensgefährlich sein. Wobei das bei den Menschenpocken noch deutlich mehr der Fall ist. Und wenn wir jetzt hier sehen, wir haben jetzt eigentlich nur drei. Ja, im Grunde genommen ist es so, das sind eben halt die wenigen Heilwerkzeuge. Und die bringen die Gefahr mit, dass sie entweder lebensgefährlich sind, schlecht zu dosieren sind, was man mit homöopathischen Mitteln machen kann. Und bei der Kretze, naja, dann dauert das eben häufig ganz lange, bis es überhaupt auch selbst überwunden ist. Das wären also die Probleme. Und dann kommen wir hier zum Paragrafen 51. Dagegen hat der Arzt unzählige Heilpotenzen mit großen Vorzügen für jenen. Also für letztendlich diese Krankheit, für die Heilung dieser Krankheiten. Aus solchen Tatsachen wird dem vielen Geiste des Menschen dieses Heilgesetz kund. Und hierzu waren sie hinreichend. Dagegen siehe, welchen Vorzug hat der Mensch nicht vor der rohen Natur ungefähren Ereignissen? Wie viel tausend homöopathische Krankheitspotenzen mehr zur Hilfe für die leidenden Mitbrüder hat nicht der Mensch an den überall in der Schöpfung verbreiteten Arzneisubstanzen? Krankheitserzeugerinnen hat er an ihnen von allen möglichen Wirkungsverschiedenheiten für alle die unzähligen nur erdenklichen und unerdenklichen natürlichen Krankheiten, gegen welche sie homöopathische Hilfe leisten können. Krankheitspotenzen, Arzneisubstanzen, deren Kraft nach vollendeter Heilanwendung durch die Lebenskraft besiegt und selbst verschwindet, ohne einer abermaligen Hilfe zur Wiedervertreibung wie die Kretze zu bedürfen. Künstliche Krankheitspotenzen, die der Arzt bis an die Grenzen der Unendlichkeit verdünnen, zerteilen, potenzieren und in ihrer Gabe bis dahin vermindern kann, dass sie nur um ein kleines stärker bleiben als die damit zu heilende ähnliche natürliche Krankheit, sodass es bei dieser unübertrefflichen Heilart keines heftigen Angriffs auf den Organismusbedarf, um selbst ein altes, hartnäckiges Übel auszurotten, ja, dass dieselbe gleichsam nur einen sanften, unmerklichen und doch oft geschwinden Übergang aus den quälenden natürlichen Leiden in die erwünschte dauerhafte Gesundheit bildet. Uff, war nicht mehr länger, seit du wieder warst. Das war ein sehr langer Satz. Ja, und er hat natürlich hier jetzt das Lob der homöopathischen Arzneimittel gesungen. Ja, ich habe das jetzt hier einfach mal nur ein Teil davon gezeigt. Also wir haben jetzt den Vergleich zwischen den natürlichen Krankheiten und den ganzen verschiedenartigen, hier durch ganz verschiedene Fläschchen dargestellt, homöopathischen Arzneien. Und das, was er eben unter anderem sagt, ist also allein diese Verschiedenheit im Verhältnis zu dem, was wir an den nur drei Sorten von natürlichen Krankheiten haben. Also tausende Fläschchen, tausende Fläschchen konntest du hier nicht zeichnen. Nein, wollte ich jetzt hier nicht zeichnen. Genau. Genau, also aber man hat wirklich enorm viel zur Verfügung und all diese verschiedenen Arzneien bieten eben auch sehr unterschiedliche Wirkungen. Ja, alles das, was sie eben tatsächlich beim Patienten bewirken können. So, und dann haben wir hier eben diesen Löffel und diese kleinen Kügelchen, wie wir das dann später eben auch kennen von den homöopathischen Arzneien. Die leichte Dosierung, ja, diese leichte Zerteilung, ja, von den verschiedenen Arzneien, ja, die Steigerung eventuell der Wirkung. Also man kann das entsprechend anpassen und das ist halt total praktisch. Das, was wir auch haben, was ich vielleicht noch hätte hinzeichnen können, dass das aber schon häufig genug gesehen haben, ist, dass ein homöopathisches Mittel nach einer gewissen Zeit in seiner Wirkung halt aufhört. Und das ist eben nicht so wie bei der Kretze, was Hahnemann ja vorher gesagt hat, ja, mein langer Kretzewurm hier, tausend Füßler, dass das einfach chronifiziert, sondern das homöopathische Mittel hört nach einer gewissen Zeit zu wirken auf. Ich hatte das dann immer so gezeigt durch dieses Auflösen, ja, durch diese, es löst sich in einzelner Teile auf, ja. Und deswegen hat man dann anschließend nicht das Problem, dass man dann die Wirkung des homöopathischen Mittels bekämpfen muss, sondern das ist einfach dann weg. Also das Mittel hat was getan und dann löst sich seine Wirkung auf. Das ist jedenfalls das, was Hahnemann hier schreibt. Genau. Und jetzt muss ich allerdings noch mal kurz etwas klären mit der Kretze. Ja. Naja, wir malen jetzt nicht die Skabies, ne? Nein. Also, weil das sind Milben. Ja. Und natürlich haben die jetzt nicht eine Chronifizierung. Wenn die weg sind, sind die weg. Prätsch. Also ich habe hier jetzt nicht versucht, eine Milbe zu malen. Die sieht ja auch aus. Wir sprechen von Hahnemannskretze. Ja, richtig. Was ja eben tatsächlich wahrscheinlich ein Sammelsurium verschiedener Zustände, vielleicht auch Neurodermitis und was nicht alles war. Ja, der hat darunter eigentlich alle juckenden Hautausschläge gefasst. Genau. Also klar, wenn ich die Milben los bin, dann bleibt das nicht. Aber eben halt das juckende Hautleiden. Genau. Ja, was letztendlich nachher auch diesen Psora-Begriff mit beinhaltet und so weiter. Aber da kommen wir dann ja auch noch immer mal wieder im Zusammenhang drauf. Für heute machen wir Schluss. Nächste Woche geht es um tatsächlich die Methoden, die Heilungsmittel. Also die Methodik. Und ich wünsche dir und euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.